Hi, Freunde, heute spielen wir ein richtig krankes Spiel. Spongebob Slenderpants. Der Name ist schon krank. Ihr kennt doch sicher das Spiel Slender oder Slenderman. Man ist irgendeine random Person, nachts im fucking Wald, läuft rum und muss versuchen, acht Kärtchen einzusammeln. Und irgendwo im Wald ist einfach so eine komische Kreatur mit dem Namen Slenderman. Und die taucht halt ständig irgendwie auf und so. Aber wir spielen jetzt nicht Slenderman, sondern Spongebob Slenderishwam oder so. Wie heißen das nochmal? Spongebob Slenderpants. Es ist echt brutal. Ich hab da einmal ganz kurz reingeschaut und es ist echt brutal. Fangen wir an, let's go. Okay. Man sieht schon, es ist gruselig. It's called the ugly barnacle. What? War das gerade Patrick oder was? He was so ugly that everyone died. Fangen wir an, ja? Oh, okay. Du bist Patrick. Du musst alle acht Krabby Patties, also Krabbenburger, essen, aber aufpassen. Slenderpants ist draußen, um dich zu töten. Das ist Sir Krabs. Ach, Sir Krabs redet mit mir. Okay. Okay. Wir fangen an im Normal-Mode. Hallo? Ich seh gar nix. Hallo? Es geht los. Ich seh aber nichts. Sprint? Sprint? Kann ich sprinten? Ich seh nix. Hallo? Hab ich Licht? Hallo? Oh, ich hab Licht. Ich hab Licht. Rechtsklick. Wow, 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 wow. Hallo? Ne, Mann. Was ist das? Ich kann das nicht spielen Ich kann das nicht spielen Ich kann das nicht spielen, Mann Ich kann das nicht spielen Hallo, ich hab Angst Diese Bäume machen es so schlimm Deswegen ist, ich glaub Licht, ist auch schlecht für mich Was ist das, ein See? Hallo? Kann ich da rüber laufen? Eigentlich müsste Spongebob ja unter Wasser spielen Filmfehler gefunden Ganz ehrlich, wie soll ich denn diese 8 Krabby Patties finden? Hallo? Ich hoffe, das In-Game-Sound ist zu hören Und nicht zu laut Wenn es zu laut ist, dann rip Auf jeden Fall eure Ohren Licht an, aus Okay, nein, das lockt Spongebob bestimmt an Slenderpans, Mann, ich Slenderbob Was, 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 was Da, da, da Lauf, 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 lauf Oh, die ist schon wieder, die ist schon wieder Die ist schon wieder Geh weg, Mann What? Hallo? Wenn ich mich umdrehe, warum? Hier gibt es ja keine Krabbenburger. Ich will Krabbenburger. Da ist was. Hallo? Da, ein Krabbenburger. Ein Krabbenburger. Ich habe ein Krabbenburger. Da war... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Der war da. 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 Ich bin Patrick und habe Hunger und suche die Krabbenburger. Aber ich finde keine außer einen. Wie lange muss man denn spielen, um die zu finden? Was soll das? Ich bin mir sicher, wenn ich mich umdrehe. Oh! Oh! What? Oh! Oh! Was geht denn ab mit diesen Spielen, Alter? Was geht denn ab mit diesen Spielen? Was? Okay. Okay. Leute, ich breche das jetzt ab. Das ist mir zu laut. Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Wenn ihr noch ein Part sehen wollt, dann in die Kommentare. Ich mache gerne noch einen. Ungern. Aber für die Klicks würde ich alles tun. Ich würde sogar vom Fenster springen. War schon krass, oder? War krass. Von 1 bis 10. Was würde ich dir sagen? Also ich würde schon eine knackige... Eine knackige 8. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.